So, heute ist der 9.11. 2018. Ich halte mal die Kilometerstände fest von meinen drei Motorrädern. Crossy 17.258 CB1000R 13.944 Und die kleine CHF250L 2208. So, und das am 9.11. Jetzt kann ich nächstes Jahr nachvollziehen, wie viel ich gefahren bin. Das ist kein großes Video, da müsst ihr auch nicht den Daumen, euch die Mühe machen, den Daumen runter zu geben. Das ist für mich einfach nur mal so festgehalten, wie viel die Burschen oder Mädels auf dem Tacho haben. So, mehr wollte ich gar nicht sagen. Also alles nur für mich.